Sei hübsch, sei nackt und sei leise. Und Action! In Serien und Filmen sind Cis-Frauen viel häufiger nackt oder knapp bekleidet zu sehen als Männer. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein wichtiger davon ist, dass die große Mehrheit der RegisseurInnen, DrehbuchautorInnen und ProduzentInnen männlich ist. Und die machen nun mal, bewusst oder unbewusst, Unterhaltung für Leute wie sich. Und zeigen Frauenkörper, wie sie sie selbst am liebsten sehen. Jung, sexy und nackt. So werden Frauen in erster Linie als Sexobjekte wahrgenommen. Nicht als wichtige AkteurInnen für die Handlung oder sogar HeldInnen. Und das ist ein Problem. Denn diese Darstellung beeinflusst nicht nur das Frauenbild in der Gesellschaft, sondern auch das Selbstbild von Mädchen und Frauen. Filme, die Frauen als Sexobjekte darstellen, manifestieren schädliche Stereotype und veraltete Rollenbilder. Und untergraben Autorität und Kompetenz. Warum es wichtig ist, solche Rollenbilder nicht mehr zu reproduzieren, lest ihr in der Schule gegen Sexismus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017